Musik Jetzt freue ich mich auf den ersten quasi exotischen Gast, eine wunderbare Musikerin mit einem, wie Sie gleich erleben werden, wunderschönen Instrument. Bitte begrüßen Sie Hongshu Cheng aus China. Hallo, ich, guten Abend, ich spiele eine der ältesten Kulturen vom chinesischen traditionellen Musikinstrument, heißt Guqin. Und mein Stück heißt Fließendes Wasser, das ist eine ganzartige chinesische traditionelle Stück. Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020